Was nicht so gut funktioniert, ist in lauten Umgebungen die Stimmenverzerrung. Aber diese Maske, die würde natürlich gut funktionieren und man sollte auch zwei oder mehr Personen dazunehmen können. Oder nur zwei. Aber so Umgebungsbilder aufnehmen, Stimmungen zeigen, das könnte recht gut funktionieren. Während einem Vortrag so zuverlässig ein Statement rausnehmen, dafür ist das natürlich nicht geeignet. Hingegen ist das Arbeiten mit der Maske, das interessiert einige und da mögen sie auch mitspielen, das kann ein Element sein, wo man was machen könnte. Was heisst links sein? Also eben, dafür sind die zehn Sekunden nun wirklich zu kurz, um Kamera zu wechseln und so. Das könnte man nur, wenn es einstudiert ist. So, aber für Freitag, Mikromuseum für Gegenwartskunst, da haben wir genügend zum Spielen. Ach, Mist, ich wollte die ganze Story runterladen und das geht nicht mehr. Ich habe wohl zu viele gemacht. Ach, Mist, ich wollte die ganze Story runterladen und das geht nicht mehr. Ich habe wohl zu viele gemacht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott.